Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Wir sind raus aus dem DFB-Pokal. Gestern setzte es die knappe Pleite gegen den FC St. Pauli und damit haben wir das Achtelfinale leider verpasst. Nach dem Spiel gab es natürlich auch genauere Diskussionen darüber, ob wir uns denn nun gegen St. Pauli gut verkauft haben oder nicht. Was kann man aus dem Spiel mitnehmen und hat möglicherweise Karel Gerraths ein Ticken zu defensiv spielen lassen. Zudem schauen wir heute auch mal ganz genau aufs Personal-Update, denn es gibt neue verletzte Spieler. Und heute wird auch eine Entscheidung fallen bei Asai Nodraogo, ob er nun mit zur U17-WM fährt oder nicht. All das und mehr besprechen wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Also, gestern war ja eben dann das Pokalspiel gegen den FC St. Pauli. Es ging sogar 120 Minuten lang und am Ende musste sich unsere Mannschaft trotzdem mit 1 zu 2 geschlagen geben. Ich habe persönlich das Spiel ja am Handy verfolgt oder besser gesagt unterwegs verfolgt, weil ich ja am Abend noch im Stadion war in Bielefeld. Ich war ja leider nicht in Hamburg vor Ort und trotzdem konnte man natürlich dadurch ein paar interessante Dinge sehen. Zum einen hat ja Karel Gerraths die Startelf dreimal verändert. Ibrahima Sissé hat für Tomasz Kallas gespielt. Danny Latza kam rein für Lino Tempelmann. Und Domit Rechsler wurde etwas offensiver ersetzt durch Simon Terodde. Und ich fand die taktische Herangehensweise durchaus interessant. Ansonsten blieb ja alles relativ ähnlich wie gegen Hannover. Systeme Dreierkette, Schienenspieler über die Außenbahn. Und offensiv hatten wir eben dann eher drei Offensive, wobei Kinnan Karaman den Zehner gegeben hat hinter Terodde und Lassen. Ich fand die Aufstellung auf jeden Fall interessant und ich fand die Auswahl der Spieler auch durchaus passend. Und wenn man dann sich mal so die erste Halbzeit anschaut, haben wir meiner Meinung nach auch einen guten Job gemacht. Denn defensiv haben wir sehr wenig zugelassen. Also ich habe St. Pauli auch deutlich stärker erwartet. Einmal muss natürlich Ralf Fährmann so richtig hin. Und da hätte es natürlich auch klingeln können. Auf der anderen Seite haben wir nach vorne ein paar Umschaltaktionen gehabt. Und genau die wollte man ja eben auch erzwingen. Wo wir es aber auch dann teilweise nicht gut genug gespielt haben. In Führung sind wir dann durch den Freistoß von Tobias Mohr gegangen und dem Kopfballtor eben dann von Marcin Kaminski. In Halbzeit zwei haben wir dann sogar eher mit Viererkette gespielt. Auch St. Pauli hat in der Pause ein bisschen umgestellt. Und dadurch hatten wir auch umso mehr Probleme. Ich fand, unabhängig jetzt davon, über den Elfmeter zu diskutieren, ob das jetzt richtig war oder nicht, ob es ein Handspiel war oder nicht. Ich glaube, den kann man sicherlich geben. War es auf jeden Fall auch ein verdienter Ausgleichstreffer. Und dass man eben sich dann in die Verlängerung retten konnte, war sicherlich auch gar nicht mal so verkehrt. Und in dieser Verlängerung hat es eben auch St. Pauli spielerisch sehr, sehr stark gemacht. Wir haben es nicht geschafft, selber nochmal eher gefährliche Akzente zu setzen. Und deswegen ging sicherlich auch dann diese 1 zu 2 Pleite in Ordnung. Ich finde, das kann man schon auch so ehrlich zugeben. Karre Gerrads hat dann nochmal nach dem Spiel für uns die ganze Geschichte auch eingeordnet. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, waren organisiert und haben gegen einen starken Gegner, der in den vergangenen Wochen und Monaten sehr erfolgreich gewesen ist, insgesamt wenig zugelassen. Dass unser Gegner viel Ballbesitz haben wird, war zu erwarten. Ebenso, dass es ein hartes Spiel wird, in dem wir in einigen Phasen auch leiden mussten. St. Pauli hatte vor der Pause allerdings auch nur eine richtig gute Chance. Da hat Ralf-Wermann hervorragend reagiert. Wir selbst haben im richtigen Moment das 1 zu 0 erzielt. Etwas kritischer sieht Karre Gerrads dann auch auf jeden Fall die zweite Halbzeit. Im zweiten Durchgang haben wir weiterhin insgesamt organisiert agiert, dabei taktisch ein bisschen umgestellt. Unser Gegner hatte nach der Pause mehr vom Spiel. Der Ausgleich ist durch einen Elfmeter gefallen. So ging es in die Verlängerung, in der St. Pauli ein weiteres Mal getroffen hat. Das Sieg dort mich geärgert. Unser Gegner hat es gut gemacht. Aber genau solche Szenen haben wir der Mannschaft vorher in der Videoanalyse gezeigt. Auch wir haben sicherlich einige Dinge gut umgesetzt. Aber da stimmt mich nach einer Niederlage nicht zufrieden. Ich bin dennoch stolz auf alle Spieler. Sie haben bis zum letzten Moment alles gegeben. Jetzt gilt es, die Köpfe hochzunehmen. In vier Tagen wartet in Nürnberg die nächste Aufgabe auf uns. Ich gratuliere meinem Kollegen Fabian Hürzeler zum Einzug in die nächste Runde. Und da spricht Karre Gerrads für mich auch genau das Richtige an. Dieses Gegentor zum 1 zu 2 war natürlich, kann man finde ich sagen, verdient insgesamt. Aber es darf halt dann auch eigentlich nicht so fallen. Also wenn du auf eine defensive Grundordnung baust, dann sollten es recht Standards gut verteidigt werden. Und deswegen war es dann schon sehr ärgerlich, dass genau dadurch das Gegentor gefallen ist. Sebastian Polter, der für Simon Tirodder eingewechselt worden ist, hat das Spiel aus seiner Sicht auch nochmal analysiert. Direkt nach dem Schlusspfiff über die 120 Minuten zu sprechen, ist gar nicht so einfach. Am Ende waren es zwei Standardsituationen, die zu den Toren von St. Pauli geführt haben. Da müssen wir künftig aufmerksamer sein und disziplinierter verteidigen. Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Der Trainer hat uns einen klaren Plan mitgegeben. Den haben wir versucht, diszipliniert umzusetzen. In der zweiten Hälfte haben uns die Umschaumomente gefehlt, um Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen und selbst einige Nadelstiche zu setzen. Da müssen wir uns selbst ankreiden. Vor der Pause lief das besser. Defensiv waren wir insgesamt kompakt, deutlich besser als in den vergangenen Wochen. Aber offensiv müssen wir noch bessere Entscheidungen treffen und auch häufiger aufs gegnerische Tor schießen. Hat hier Sebastian Polter nochmal klar gemacht. Insgesamt zufrieden, zumindest mal mit dem Auftritt, war unser Sportdirektor André Hechelmann. Ich glaube, wir sind gut reingekommen, gehen in Führung und haben den Plan gehalten, den wir vorhatten. Und am Ende haben wir einfach die ein oder andere Situation nicht gut zu Ende gespielt. Wir treffen hier auf den Tabellenführer eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und dann entscheiden am Ende Stand der Situation so ein enges Spiel. Nach dem Spiel gab es ja auch dann Applaus vom Gästeblock für unsere Mannschaft, was André Hechelmann auch wirklich gefreut hat. Das ist ein tolles Zeichen von den Fans. Die Mannschaft hat gekämpft. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und dann hoffen wir, dass auch die Ergebnisse kommen. Und somit sind wir also rausgeflogen aus dem DFB-Pokal. Aber jetzt heißt es eben Kopf hochnehmen und dann gegen Nürnberg im besten Falle das Spiel gewinnen. Und genau dahingehend gab es natürlich auch dann gestern so ein paar Fragen. Hat unsere Mannschaft vielleicht sich dort in dem Spiel gegen St. Pauli zu sehr auf die Defensive konzentriert? Ist es vielleicht generell so, dass Karel Gerrard in den nächsten Wochen auch zu defensiv spielen lassen wird? Und dort gab es, finde ich, wirklich sehr interessante Diskussionen. Sowohl bei den Medien, aber vor allen Dingen auch bei uns Fans. Und deswegen wollte ich das Thema hier auch nochmal ganz gerne mit aufgreifen. Denn zum Beispiel hier auch Sebastian Polter hat nach dem Spiel gegenüber von Sky gesagt, dass der Trainer einen sehr, sehr guten Plan vorgegeben hat. Und die Mannschaft hat eben dann noch versucht, diesen Disziplänen umzusetzen. Und das hat auch laut Polter über diese 120 Minuten insgesamt auch schon ganz gut ausgesehen. Und was eben dann einfach gefehlt hat, waren diese Umschau-Momente in der zweiten Halbzeit. Und genau da muss man eben sicherlich nochmal ansetzen. Und ich fand es auch nochmal ganz interessant, dass eben die Diskussion aufkam, warum man denn möglicherweise nicht gegen St. Pauli offensiver gespielt hat. Ich kann einerseits verstehen, wenn man Kritik äußert, dahingehend, dass gesagt wird, ja wir waren kämpferisch auf einem guten Niveau, genau so muss es weitergehen. Denn das ist und bleibt die Basis von jedem Fußballspielen. Also unabhängig davon, in welcher Tabellenregion unterwegs bist, kämpfen, Zweikämpfe führen, Laufstärke zeigen. Das sollte jede Mannschaft können und das ist eben Grundbasis im Fußball. Was mir auch weiterhin bei Schalke so ein bisschen fehlt, ist zwar die klare fußballerische Idee, es ist aber meiner Meinung nach auch durchaus erklärbar, warum das vielleicht aktuell noch nicht alles optimal funktioniert. Denn, und das darf man wirklich nicht vergessen, Wir haben gestern gegen St. Pauli gespielt, die seit Wochen kein Spiel mehr verloren haben, die lange Zeit ungeschlagen sind und meiner Meinung nach auch die spielstärkste Mannschaft in der 2. Bundesliga sind. Und genau dafür haben wir es defensiv tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Am Ende sind eben diese zwei Gegentore entstanden in Standardsituationen. Einmal nach dem Freistoß, einmal war es ein Elfmeter. Und ansonsten aus dem Spiel heraus haben wir wenig zugelassen und wenn, war eben Ralf Fährmann zur Stelle. Und diesen defensiven Ansatz, den konnte ich gestern auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Man muss eben aber natürlich auch jetzt die nächsten Schritte gehen. Und wer jetzt irgendwie schon die Sorge hat, dass Karel Gerrads ein Trainer ist, der vielleicht immer nur auf defensive Stabilität baut, der nur darauf geht, Mindset, kämpfen, 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 dann kommen schon irgendwie die Punkte. Ich glaube, da tut man ihm auch ein bisschen Unrecht. Es ist einfach so, dass Karel Gerrads ein komplett neuer Trainer bei uns ist und der eine klare Spielphilosophie mitbringt, aber das muss sich natürlich auch erstmal entwickeln. Und ich fand es auch einen Ticken überraschend, dass unsere Mannschaft gestern von vielen dann doch so kritisch gesehen wurde. Ja, ein Henning Matriciani hat auch erneut kein gutes Spiel gemacht, hatte defensiv seine Probleme. Ein Brian Lasmer ist ein unglaublich schneller Spieler, hat am Ball aber auch seine Probleme. Und das sind alle Sachen, die weiß man. Und das muss man, finde ich, dann noch richtig einordnen. Unsere Mannschaft hat eine individuelle Qualität, die für unsere Ansprüche höher sein muss. Und da kann weder Karel Gerrads was für, da können auch die Spieler selber nichts für. Das ist eben dann die Problematik der Kaderplanung. Dort wurde sicherlich nicht gut genug gearbeitet, um einen richtig guten Kader zur Verfügung zu stellen. Und da muss man, finde ich, auch ansetzen. Also stellt man vielleicht auch nochmal ein paar Stellschrauben um im Winter, holt zwei, drei neue Spieler. Plus gibt eben auch Karel Gerrads Zeit. Und dann werden wir auch offensiv in den kommenden Wochen und Monaten deutlich mehr von dieser Mannschaft sehen können. Deswegen wollte ich das auch nochmal ganz gerne nach diesem Pokalspiel einordnen, weil gestern nach dem Spiel wurde ja sehr viel darüber diskutiert. Ja, spielen wir jetzt nur noch diesen Defensivfußball? Kann das über die nächsten Wochen funktionieren? Wir haben gegen St. Pauli gespielt und ich finde es dann wiederum auch gut, wenn ein Trainer wie Karel Gerrads sich flexibel zeigt. Vielleicht auch das Spielsystem ein bisschen anpasst. Aber vielleicht doch jetzt erstmal generell zu Beginn seiner Amtszeit sich als Aufgabe gegeben hat, die Defensive zu stabilisieren. Und all das haben wir doch auch als Fans gefordert. Karel Gerrads hat sich auch nach dem Spiel nochmal bei seinem privaten Instagram-Account geäußert und Folgendes geschrieben. Leider haben wir den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Wir haben unseren Matchplan gegen den Ball gut umgesetzt. Bei unseren Offensivaktionen hat uns am Ende die nötige Durchschlagskraft gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Die Jungs haben physisch alles reingehauen, was heute möglich war. Ein großer Dank geht an unsere Fans für die fantastische Unterstützung. Unsere Mission geht Samstag in Nürnberg weiter. Und genau so würde ich es eben dann auch einsortieren. Und ich fand auch gestern konnte man wirklich auch gute Ansätze erkennen. Es waren Spieler drin, wie vielleicht auch Ibrahima Cissé oder auch Niklas Tauer, die meiner Meinung nach einen guten Eindruck hinterlassen haben. Auch Tobias Mohr fand ich persönlich auf der linken Seite solide bis gut. Selbst ein Danny Latzer fand ich gar nicht mal so verkehrt auf der 6er Position. Und Ralf Fährmann im Tor ist auf der Linie einfach ein unglaublich sicherer Rückhalt. Und ich finde, das muss stehen bleiben. Genau darauf muss man aufbauen, um sich eben auch jetzt als Mannschaft weiterzuentwickeln. Und da ist natürlich aber auch dann so ein bisschen die Frage, wie kann sich unsere Mannschaft weiterentwickeln, wenn möglicherweise Karre Gerrads in Sachen Startelf erneut umstellen muss, weil ihm Spieler fehlen. Gestern vor dem Spiel gab es ja bereits die Nachricht, dass Paul Seguin erneut ausfallen wird. Er hat eben noch mit Folgen seiner Magen-Darm-Erkrankung zu kämpfen und konnte deswegen gestern nicht mit nach Hamburg reisen. Klar, über Paul Seguin kann man natürlich sportlich wie auch charakterlich aktuell sehr viel diskutieren. Trotzdem wäre es natürlich nicht verkehrt, ihn wenn mal als Kaderoption zumindest mal zu haben. Ich denke mal, er wird jetzt auch die Tage wieder zurückkehren. Deutlich interessanter und noch deutlich wichtiger sind aber dann natürlich solche Spieler wie Assan, Uedraogo oder auch Dominik Drexler. Bei Uedraogo gab es sogar vor dem Spiel eine MAT-Untersuchung. Und da war wirklich das Gute, Uedraogo hat keine strukturelle Verletzung. Vielleicht ist es eine kleine Zerrung, er könnte heute beim Training wohlmöglich auch schon wieder auf dem Platz stehen. Denn auch Schalke hat selber nochmal mitgeteilt, bei Uedraogo und auch Drexler hat es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen gehandelt. Und das ist eben auch wirklich immer eine gute Nachricht, weil das hört sich eben dann auch ganz klar danach an, dass es nichts Schlimmes ist. Und Karel Gerrertz hat das auch nochmal bestätigt. Dominik Drexler war nicht komplett fit. Da wollten wir kein Risiko eingehen. Und bei Uedraogo ist eben geplant, dass er auf jeden Fall in dieser Woche wieder ins Training zurückkehren wird. Also das ist dann sicherlich erstmal eine gute Nachricht bei Drexler und Uedraogo. Aber insgesamt haben wir womöglich nochmal mehr verletzte Spieler. Denn Simon Tirodde musste ja in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Es gab ja dort relativ zu Beginn auch des Spiels eine Szene, wo er irgendwie ganz komisch weggeknickt ist. Wo er ja am Ende auch hinten mitgeholfen hat zu verteidigen. Hat dann weitergespielt, aber musste doch ausgewechselt werden. Auch dazu hat sich Karel Gerrertz nochmal geäußert. Simons Knöchel ist geschwollen. Wir müssen die kommenden Tage abwarten. Und deswegen steht nun auf jeden Fall auch bei Tirodde in Gelsenkirchen eine Untersuchung an. Typisch Schalke wäre es natürlich hier, wenn am Knöchel gefühlt alles kaputt wäre und er mehrere Wochen fehlen würde. Aber da heißt es erstmal abwarten. Für das kommende Spiel jetzt gegen Nürnberg ist Tirodde auf jeden Fall schon mal mehr als fraglich. Und gleiches gilt da wohl auch für Danny Latza und Tobias Mohr. Beide wurden ja nach rund einer Stunde mit muskulärem Problem ausgewechselt. Und doch das wäre halt mal wieder so typisch. Also klar, Latza ist ohnehin ein Spieler, der immer und immer wieder verletzt ist. Und wo man natürlich auch da mal bald im Sinne von seinem auslaufenden Vertrag sicherlich entscheiden wird, dass das womöglich auf diesem höchsten Niveau nicht mehr funktionieren wird. Und trotzdem fand ich Latza gestern nicht so verkehrt. Also auch trotz aller Kritik und sowas kann ich verstehen. Aber gestern hat er für mich auf jeden Fall ein durchaus solides Spiel gemacht. Und auch ein Tobias Mohr, der rein von seiner Mentalität glaube ich gut zu Karel Gerrertz passt, der vorangeht, der emotional mit dabei ist und eben auch fußballerisch es zumindest mal solide macht links hinten. Musste ja ausgewechselt werden. Auch da waren es muskuläre Probleme. Und auch das ist natürlich dann wieder mal typisch Schalke. Also auch hier ist zumindest mal die kurzfristige Prognose. Gegen Nürnberg wird es sehr, sehr eng, auch für Tobi Mohr. Da muss man halt dann mal ganz genau abwarten, was es tatsächlich ist. Aber wenn ich zumindest mal als Schalke-Fan auf Schalke höre, muskuläre Probleme, denke ich auf jeden Fall direkt an eine Ausfallzeit von drei, vier, fünf Wochen. Und das wäre sicherlich für Mohr extrem bitter, denn es scheint sich ja zumindest mal so zu entwickeln, dass er sich unter Gerrertz Stand jetzt zumindest mal links hinten festspielen könnte als Schienenspieler. Aber das wird dann wohl doch nicht so sein, wenn es nun tatsächlich eine Verletzung über mehrere Wochen sein wird. Blicken wir aber nochmal ganz kurz daneben, den ganzen Verletzungsproblemen auf Assan, Oedraogo und die U17-WM. Denn heute wird tatsächlich ja noch die Entscheidung fallen, ob Oedraogo mitfahren wird oder nicht. Stand jetzt, heute Mittag, 12 Uhr nämlich gerade das Video auf, gibt es dahingehend noch keine offiziellen Neuigkeiten. Vielleicht wird es innerhalb der nächsten Minuten und Stunden kommen. Heute wird auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, ob Oedraogo, Schalke womöglich mehrere Wochen jetzt Mitte, Ende November bis Anfang Dezember fehlen wird oder nicht. Und ich finde es auf jeden Fall dann immer schwierig zu beurteilen. Wenn er das möchte, dann kann man es ihm meiner Meinung nach nicht verbieten. Die Frage ist halt, was ihm vielleicht auch sportlich am meisten helfen kann. Für uns wäre es sicherlich ein Verlust, wenn er uns mehrere Wochen fehlt. Karel Gerrads hat auch das nochmal relativ ähnlich eingeordnet. Assan ist ein sehr wichtiger, ein guter Spieler. Ich unterstütze ihn, respektiere seine Entscheidung. Assan ist ein guter Junge, hat eine gute Persönlichkeit. Wir unterstützen ihn, egal wie er sich entscheidet. Und das ist meiner Meinung nach auch genau der richtige Weg von Schalke. Wenn Oedraogo das gerne machen möchte mit der U17-WM, dann kann man ihm sicherlich diese Chance auch nicht verbauen. Wenn er sagt, er möchte allerdings eher bei Schalke weiterspielen, sie auf die Schule konzentrieren und sich eben unter Karre Gerrads durchsetzen und der DFB sagen würde, okay, aber wir würden ihn schon gerne mitnehmen. Dann kann ich es auf jeden Fall verstehen, wenn Schalke sagt, nee, dann bleibt Assan Oedraogo eben hier. Und wir haben unsere Nummer 43 auf jeden Fall dann sowohl im Training als auch im Spiel. Wird auf jeden Fall eine spannende Entscheidung, die dann sicherlich auch heute noch verkündet werden wird. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen News und auch zum Spiel gestern in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Annalo Schalker. Und dann bin ich nachher observieren. Und dann glaube ich ¡Ein dass ein Start nun mein Herz nada, aber ich seit dann einfach gut, dass da nichts mit� edition ist sie footing, quedere sind die silos da weitermall daß oder dasunya.